Hallo, ich bin Verena, ich bin Mutter zweier Kinder und wir benutzen den Stocke Explory V5 Kinderwagen, das Modell 2017 und ich muss sagen, wir sind super zufrieden damit. Was ich ganz toll finde, ich bin eine relativ große Mami, der hat eine sehr hohe oder eine höhere Sitzposition als andere Kinderwagen und das ist mir sofort aufgefallen. Ich muss mich gar nicht mehr bücken und die Nähe zu meinem Kind, zu meiner Tochter, ist die ganze Zeit gegeben. Das finde ich besonders toll. Er ist sehr komfortabel, muss ich sagen. Er hat 360 Grad schwenkbare Gummireder, sprich ich kann wirklich mit einer Hand den Wagen hin und her schieben, drehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass er umfällt oder stockt. Er ist wirklich sehr leicht und komfortabel zu schieben. Was man so besonders toll findet, ist das neue Mitfahrbrett und damit muss ich sagen, das wurde richtig toll durchdacht. Das ist super leicht, das Brett erstmal. Man kann es richtig gut an den Kinderwagen auch alleine ran drücken sozusagen und wieder abmachen. Das ist easy im Handling. Hoch-Runter-Klappen ist auch einfach und wenn man schiebt, ist das Brett nicht schwer. Man merkt es kaum. Mein Sohn kann raufsteigen, absteigen, also es ist echt ein richtig tolles Feature. Die Sitzpositionen des Kinderwagens sind auch durchdacht. Eine Liege- und Schlafposition, eine Ausruhposition und eine Sitzposition. Und man kann den Griff hoch und runter schieben. Wenn mein Partner jetzt größer ist als ich, ist es auch gar kein Problem, wenn er den Kinderwagen mal schiebt. Oder die Oma oder der Opa, wer eben gerade so dran ist. Also da ist wirklich total mitgedacht worden und rück in den Kinderwagen 1a weiterempfehlen. Bis dann. Tschüss.